Mach mal Ihren Namen bitte. Serlina, genau. Heute geht es ja um grüne, um umweltbewusste Lebensweisen, Möglichkeiten. Was tun Sie im Alltag, um umweltbewusst zu leben? Ich muss sagen, meine Mama, die hat mich in Sachen Umwelt ganz gut erzogen. Also die ist so ein bisschen mein Vorbild. Meine Mutter achtet sehr darauf. Sie benutzt zum Beispiel gar nicht das Auto, sie macht alles mit dem Fahrrad. Sie benutzt generell kein Plastik, also keine Plastiktüten, alles von Baumwolle. Auch Mülltrennung, also das habe ich schon sehr von zu Hause mitgenommen. Und ich versuche immer so viel, wie es geht, anzuwenden und das auch immer so ein bisschen weiterzugeben. Es sind mehr so kleine Dinge, aber ich gebe mein Bestes. Bei Germany's Next Topmodus, es geht ja um die schönen Frauen. Aber ich frage mal andersrum, was muss ein Mann haben, damit er Sie begeistert? Also ein Mann muss für mich irgendwie was Besonderes haben. Er muss irgendwie Ausstrahlung haben und vor allem Selbstbewusstsein ausstrahlen. Also es kommt bei mir gar nicht so darauf an, dass er jetzt eine klassische Schönheit ist, aber einfach, dass er selbstbewusst rüberkommt, dass er irgendwie schlagfertig ist, das finde ich unheimlich attraktiv für Männern. Wie kann man Ihr Herz erobern? Mein Herz kann man vor allem mit Humor erobern und mit Selbstbewusstsein, aber mein Herz ist ja schon erobert. Ich bin ja glücklich vergeben, von daher, ja.